Gönn den dicken Erneuinen. 99er Pelé, Freunde. Da sind wir doch. Max, Junge, fettes, fettes GG. Bitte, jetzt schau aus dem Auer aus. Oh, Ronaldo! Oh, Ronaldo! Oh mein Gott, Ronaldo! Oh mein Gott, Ronaldo! Oh mein Gott, Ronaldo! Oh mein Gott, Ronaldo! Mein Ohr, Alter! Oh mein Gott, Ronaldo! Oh mein Gott, Cristiano Ronaldo! Oh, ja, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott! Wir haben ihn, wir haben ihn! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Oh mein Gott, let's go! Oh mein Gott! Fünf Tage später. Nein, 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 nein! Pogge! Uuuuuh, Firminio! Ich mach das Ding auch. Ich will auch Firminio. Poooaah! Jo, ich, oh! Das ist eine geile Karte! Ich dachte, das ist Österreich. Leute, ich bin Österreicher! Wir werden es bald sehen und wir sehen jetzt hoffentlich einen Big Banger. Ich dachte schon Messi, Leute. Neymar! Oh, waaat? Was? Was? Oh mein Gott, no! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut! Ja, ach, wegen 21 Minuten. Ja! Ja! Edeka Junge! Neymar! Ja! Nö! 99er Neymar! Noch mal Neymar! Noch mal Neymar! Noch mal Neymar! Und was denn jetzt? Was wollt ihr denn? Ja! Da ist er doch! Da ist er doch! Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn von mir? Ja! 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 Was ist denn los hier? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was? 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 Was passiert hier? Was? Was? Es kann halt nicht jeder Elite Gold 2 holen, ne? Mo! Maul! Was? Halt's Maul! Was? Trotz, das war klar. Warte mal. Warte mal. Was? Was? Das kann nicht sein gerade. Ich frage mal jetzt mal Schmuck. Mbappé. Ich sage, es ist muss. Ich sage, es ist muss. Es ist Mbappé. Ich ziehe das Mbappé weg. Oh mein Gott. Was redest du? Oh mein Gott. Was? 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 Ist mir scheißegal, ob wir den 24. August haben, Freunde. Das ist die beste Karte im gesamten Spiel. Bistet deppert. Da bin ich doch, Freunde. Da bin ich doch. Dinio Moments. Endlich knall zum Pigma. Oh, Walkout, Bruder. Totz. Brasilien. Z-U-M. Neymar. Wala. Neymar. Was? Schick mal die Regen. Bruder. Warte mal. Es ist schon sehr krass, oder? Sehr sieben. Brasil. Brasil. Nennt mich einfach Gott. Nennt mich einfach Gott. Bitte kein F. Bitte kein F. Oh mein Gott. Was? 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 Ja. Ja. Komm, Junge. Ja. Let's go. Boom. Endlich. Endlich. Und wer ist der Letzte? Ja. Let's go. So. Oh, Lukas Leyva. Lukas Leyva. Jumbo, Junge. Du alter Feini. Moin. Messi. Jetzt haben wir alles gesehen, Freunde. Messi totz in rot. Frankreich. St. Danke. Danke, Iri. Danke. Danke. Hat mich gefreut. Schön, dass ihr am Start wart, Jungs. Ich gehe offline. Bis nächstes Jahr in FIFA 22. Ey, aber warte mal. Drei Stürmer zur Auswahl. Der hat wahrscheinlich einen Sterne, einen Sterne. Ey, was ist das denn für eine coole Auswahl?